Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dem Schnauze geht es heute gar nicht gut. Der hat sehr, so wahrscheinlich sehr Schmerzen und hat ein Rot, also ein Gluturin. Also dem geht es sozusagen gar nicht gut. Wir haben ihn jetzt hier in der Transportbox. Und ja, der bleibt jetzt da. Der ist ganz schwach. Wenn er geht, dann kippt er sofort, also fällt um. Und ja, so ihm geht es wirklich gar nicht gut. Wir müssen mit dem auf jeden Fall zum Tierarzt. Und wir warten jetzt bis Viertel nach Elf. Also er bleibt jetzt so lange hier drin. Er darf auch noch ein bisschen hier bei uns rumlaufen. Aber ich passe auch auf, weil wenn er halt auch rausgeht, dann kann er an dieser Kante da stürzen und wahrscheinlich wieder auf den Kopf fallen. Und ja, also das war nur so ein kleines Infovideo. Wir messen jetzt die Temperatur von ihm. Ciao! Ciao!